Ich wollte mich entschuldigen. Gut. Lass mich ausreden, ich hab gesagt, ich wollte. Dann hab ich gemerkt, es tut mir nicht leid. Du wärst lieber tot, als wieder menschlich. Und erwartest von mir, dass ich das okay finde? Ich sag nicht, du musst es okay finden. Ich sag, mir tut es nicht leid. Du solltest nämlich wissen, ich bin. Egoistisch. Ich treffe miese Entscheidungen, die dir wehtun. Ja, ich wär lieber gestorben, als menschlich zu werden. Ich sterbe lieber sofort, als nur eine Handvoll Jahre mit dir zu verbringen. Nur um dich dann zu verlieren, wenn ich alt und krank bin und du immer noch du bist. Ja, ich würde lieber sofort sterben, als meine letzten Jahre damit zu verbringen, mich zu erinnern, wie gut ich es hatte und wie froh ich mal war. Denn genau so bin ich eben, Elena. Ich werd mich nicht ändern. Tja, und glaub mir, keine Entschuldigung der Welt erfasst sämtliche Gründe, wieso ich nun mal nicht gut für dich bin. Na schön, dann tut es mir auch nicht leid. Es tut mir nicht leid, dass ich dich getroffen habe. Es tut mir nicht leid, dass dich zu kennen mich dazu gebracht hat, alles zu hinterfragen. Und dass du mich im Tod dazu gebracht hast, mich lebendig zu fühlen. Du warst eine furchtbare Person. Du hast lauter falsche Entscheidungen getroffen. Und die Entscheidung, die ich jetzt treffe, wird vielleicht meine dümmste. Aber es tut mir nicht leid, dass ich verliebt in dich bin. Ich liebe dich, Haman. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich, Bist du dich. Untertitelung des ZDF, 2020